Die Soul Upcycling Plaza ist der weltweit größte Upcycling Kulturkomplex, in dem Besucher alles rund um das Thema Upcycling beobachten, lernen und erleben können. Basierend auf der Resource Recycling Soul Vision 2030 zielt die Plaza darauf ab, das ökologische, soziale und wirtschaftliche Bewusstsein für Upcycling zu schärfen und ein Umfeld für Upcycling-basierte Industrien zu schaffen. In den Räumlichkeiten des Plazas werden Skulpturen, die aus ehemals für den Müll bestimmten Ressourcen entstanden sind, ausgestellt. Außerdem finden sich die diese Workshop-Bäumlichkeiten auch ein Markt, in dem unter anderem Möbel und unverpackte Nahrungsmittel verkauft werden. Soul Upcycling Plaza ist eine futuristische, hochwertige Industrie, die die Upcycling-Industrie kultiviert und einen bürgerfreundlichen Ansatz verfolgt, indem sie das Bewusstsein für Upcycling auf unterhaltsame Weise durch Erlebnispädagogik und Ausstellungen schärft. Der Platz soll als Drehscheibe für die Verbreitung der Upcycling-Kultur dienen und eine glänzende Zukunft als eine einzigartige und unterhaltsame Touristenattraktion in Seoul bieten. Der Soul Upcycling Plaza funktioniert durch die Beteiligung der Bürger in einem gesunden, wertvollen Kreislauf von Produktion, Herstellung und Konsum im täglichen Leben. Durch verschiedene Bildungsprogramme, Workshops, Aufführungen, Ausstellungen etc. schaffen die Bürger neue Möglichkeiten für ihren Lebensstil.